So, erst mal grüßt. Na Junge. Achso. Was? Ach. Ah, lalala, lalala. So nicht. So. Lassen wir es so. Zack. Oh, dieses Gammelfleisch, ne? Das kotzt mich auch an. Haben wir das da schon voll? Nee. Gut, gut. So, wir mal jetzt. Hm, hm. M-Powler. Und der Schnatter kommt hier rein. Geht das genau? Nein, die Schiere brennt nicht. Das genauen. Na, obwohl das nicht. Nee, die genauen rein. So. Oh, ist dunkel. Schon wieder. So, geht's gar nicht rein. Ah, okay. So. Dann gehen wir das Holz einmal weg. Dann gehen wir zu den Hühnern. Zu den Herren Hühnern. Da wollten wir auch noch was machen mit, ne? Aber gut. Nächstes Mal machen wir erstmal eine kleine Höhlentour. Die, 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 die. Wirft die Aufnahme noch? Da läuft auch noch alles? Okay. Ach, die Bäume wollten wir ja auch noch machen. Ah, die machen wir ja mal beim nächsten Mal irgendwann. Muss ja jetzt nicht sein. Die sahen hässlich aus, ne? Na, obwohl das geht. Für ne Barock geil. Für hier, ne. Die sehen aber auch, was ich geil finde. So ist okay. So sehen sie aus wie ein Gartentor. Hätte ich geiler gefunden, wenn die so aussehen wie auf dem Item. Mopedbild. Bienen. Wir brauchen auch noch Bienen. Wir brauchen Wachs. Wir brauchen immer noch Wachs. Das Thema ist ja immer noch aktuell. Das gibt es doch nicht. Töten wir Hühner oder machen wir Babys? Wir machen natürlich Babys, ne? Lassen wir die Butze richtig voll machen. Lassen wir uns den PC abstürzen irgendwann. Irgendwann macht er nicht mehr, der PC. Wenn ihr zu viele Hühners hast. Hier fehlt auch noch irgendwie ein Baum. Ich finde, da musste irgendwie, ein Baum müsste weg. Ich würde fast sagen, der hier. Der Baum müsste, oder? Alter, ich dachte gerade, das ist ein Creeper. Ne, der Baum müsste weg. Und der müsste dafür da vorne einer hin. War das jetzt für den Regen? Sehr gut. Gefällt mir. Das muss doch auch nicht sein. Ah, wir müssen uns immer noch was einfallen lassen dafür. Hier verplempern wir auch. Obwohl, warte mal. Da gehe ich mir diesmal Mühe. So, meine Damen und Herren. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Wie lange geht das? Was denn? Der Sound oder was? Oder was? Fünf Sekunden, glaube ich, geht der nur. Oder ist es acht? So. Dann mal durch. Dann mal durch. Ja, ja, ja. Es kriegt doch jeder was ab. Oh, guck mal, wir können gleich wieder entscheiden. Ich weiß gar nicht, was war das letzte Mal. Auf jeden Fall war das irgendein Ratz wieder. Alter. Also irgendwann ist es wirklich vorbei, ne? Mit dem PC. Hat sich zu lange angehört. Cantina ist länger. Cantina geht 50 Sekunden. Ich glaube, das ist auch einer mit der längsten. Weiß ich nicht. Ja, was ist das denn? Will noch wer? Uh, ein Punkt noch. Danke. Ähm, hier zwölf Eier. Die schmeißen wir weg. Und jetzt mache ich den genau hier hin. Und den habe ich nur wenigstens wieder. So, bringen wir, äh, die Weizenkörner weg. Und die Eier nach oben. Hier muss auch noch eine richtige Treppe rein, ey. Oh, nicht hier ganz hoch. Hier sind die Eiers. Da nicht damit drin. Ach, hier oben. Ach, hier oben war ja auch so viel. Ho, 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 ho. So. Und jetzt gehen wir nochmal gucken. Eine Runde in den Chanten. Ah, ich bin froh, dass wir das Haus da hinten endlich fertig haben. Oben vielleicht noch, weiß ich nicht, Schränkchen, Bücherregale müssen wir uns mal ein paar machen. Dann können wir mal in den ganzen Häusern ein paar Bücherregale verteilen. Ähm, und allgemein müsste ich mal gucken, Blumen kann man doch mit Lehmtöpfen, also mit Lehm kann man doch Töpfe machen, ne? Das wollte ich, glaube ich, auch mal machen. Dann müssen wir mal irgendwann so eine Dekoaufnahme machen. Und das war einfach mal drei Folgen lang nur dekorieren. Alles. So ein bisschen da teppich, hier ein bisschen teppich, ein paar Bilder. Wir haben hier nirgendwo Bilder, außer hier. Ach so, da oben, hier ist so ein Kasperkopf. Hier könnten wir die eigentlich alle hinmachen, ne? Sollen wir welche kriegen? Nein, nicht da. Ja, gucke mal, wir haben doch hier auch noch ein paar. Wie kommen die da auch mal weg? Mauer. Ja, doch, das hat was. Das hat Gesicht. So, nicht da hoch. Ach so, ja, nur hier haben wir Bilder, aber falsche Textur. Könnten wir eigentlich auch mal ändern. Das sieht auch geil aus. 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 Das, oh, okay. Alter, wie random macht ihr das bitte? Okay, das ist gut. Also ein kleiner Trick. Wenn ihr nur ein Bild braucht, dann macht ihr da so ein Ding hin. Kleine daneben. So. Das ist auch ganz schick. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ganz neu. Das finde ich hübsch und das finde ich auch hübsch. Wo hier wohl ein großes... Naja, nee. So. Das packen wir hier rein. Wo ist denn hier das Bimoost überhaupt? Nicht da. Hier sind so ein Öfchen. Achso, wir wollten ja... Mal das Knabberzeug aufstocken. So. Und jetzt gehen wir runter. So. So. Dam 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 dam. Da dam 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 dam. Oi, oih, oih... lack, lack, lack. 5 Mal das bein gebrauchen. Äh, so, so, so. es war auf jeden fall irgendwas komisches mehrfachschuss für den bogen kann man gebrauchen was ist jetzt als nächstes geplant bitte mal wieder was für die rüstung drei sachen kriegen wir drauf doch noch einiges tun durchschuss was war durchschuss noch mal war durchschuss was für den bogen oder war durchschuss was für die rüstung dornen schärfe naja haben es versucht aber wir kommen der sache ganz langsam her ich würde es schön finden wenn man sich wachs kraft könnte so was haben wir hier noch okay hier haben wir noch die bemoos und den richtigen wosten stein der auf dem haus sind mir auch geil die nehmen wir mal auf haben wir jeden schleim wollen wir ganz kurz ins nether reingucken noch mal kommen wir gucken die musik passt gar nicht wo ist hier clauston ich hab doch ich hab letztes mal wo wir ja hier seit wann sind hier ganz normale skelette drin das ist doch noch nie so gewesen oder sind hier seit wann sind hier ganz normales skelette drin du klapperkopf hier ist nirgendwo close down da hinten was da leuchtet ist es klar war ne ne feuer schon immer da sind schon immer skelette drin ich war eigentlich der meinung dass im nether alles nur nether mobs drin sind und nicht so welche natürlich natürlich der alte hund der da hat er es wieder geschafft da hat er es geschafft krass ich war echt der meinung dass andere naja auf damit was war denn der Scheiß Alter ey Wir spielen hier Minecraft Und Keine Ahnung was wir noch spielen ey Ich kack mir hier in die Hose ey Schock des Lebens wiederbekommen hier Danke dafür auf jeden Fall Oh Mann Das kann so witzig werden Wenn wir das bei Horrorspielen einführen Oh nein ey Das gibst du nicht Der hat gleich wieder einen Clip erstellt Alter sack der Du bist ja genauso schlimm wie Eggie Ja Glowstone ist echt schwierig hier Ich hab noch nicht einmal glaube ich Glowstone gesehen In dem Nether hier Ich hasse diese Schweine So Egal Machs gut Machs gut Danke schön Danke für alles Danke für deinen Fettartigen Support Oh Gott Und blub Bis denne Bis densen Ja gut Ja gut ihr Lieben Bei Youtube Ich verabschiede mich von euch Vielen Dank fürs Zuschauen Oh Gott Oh Gott Ich hab mich noch nie so erschrocken Bei Minecraft glaube ich Gut das hatte jetzt nicht mit dem Spiel zu tun gehabt Ihr Lieben macht's gut Bis dann Tschüssi 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 Vielen Dank.